so guten morgen liebe leute also dass der tag nach lumens geburtstag heute sonntag weg fahren jetzt was essen und müssen auf den nächsten geburtstag meine freundin von uns geburtstag hat und ja es ist also geburtstag geburtstag der oktober und der november diesen folge stoppt mit geburtstag aber muss halt gefeiert werden muss halt so sein so ich weiß dass es einige leuten wahrscheinlich nicht so gut gefällt oder so dass der fahrradladen zu ist aber beim besten willen da gibt es halt nichts zu tun und es war auch im letzten jahr schon so dass es eben im sommer ist halt fahrradladen und im winter habe ich halt ganz andere sachen gemacht da bin ich halt im sommer ein bisschen durch die stadt getingelt durch die läden habe ein bisschen geguckt und so in diesem winter ist es halt so dass ich eine andere firma eine zweite firma aufgemacht hat mit dennis zusammen und das war da eben baumpflege machen baumpflege bäume fällen lieber eine baumpflege natürlich aber wollen wir fällen ist halt jetzt gerade die saison und da gibt es halt viele viel bedarf und das machen wir halt und nicht jeder kann eben in die bäume klettern kann er denn sehr gut und machte und ich bin dann halt der bodenmann und deswegen zeigen wir auch das ist halt mein leben und du bist halt mit dabei und gezeigt deswegen bist du zu also bitte nicht traurig sein irgendwann kommt auch wieder ein stück weit fahrradladen und so und dann schauen wir mal ständig im wandel also man sollte niemals stagnieren und immer nur gleiche und gleiche und gleiche macht er dann irgendwann auch keinen spaß mehr deswegen zeige ich euch jetzt auch so eine sache gut wir machen uns jetzt fertig gefahren denn los und dann sehen wir uns mal gleich unterwegs darfst du vorne sitzen du kannst vorne sitzen und Lumen darf auch vorne sitzen mit dem blauen du sitzt vorne ja mit dem neuen auto wie sich freut aber mit dem mit dem tut mir eingefallen und nicht im auto mit dem dennoch spielen und und warte nun mal ich will die ja noch zehn hier bis geht na gut super beim bieter jener anstatt der frühstück ich bring dich nur schon mal rüber auf ein schluss Hallo! Ich hab noch einen Kaffee gegessen! Danke! Ist auch ein Kaffee? Zu trinken schon? Ich nehme Milchkaffee. Milchkaffee? Ich nehme eine Anugnudel. Oh! Ich hab nur Nudeln verschaffen. Immerhin, war schon mal richtig. Ich nehme Malzbücher. Malzbücher, gerne. Ich nehme auch Malzbücher. Und du, Lumi? Hallo! Sonst gibt's vielleicht nichts zu essen. Was willst du denn essen? Was willst du denn essen? Ein Essen? Dönig. Ein Ginger-Ear. Und eine Apfelschorle. Apfelschorle. Sehr gerne zu mir. Ein Nudelkirch. Ja. Sehr gerne. Ginger-Ear. Ich brauche das Ginger-Ear, ne? Ich brauche das Ginger-Ear. Ich brauche das. Ich brauche das. Ich brauche das. Ich brauche das. Malzbücher? Was ist hier Kr Tu? Du hast einen Schrauch? Du hast einen Schrauch-Ear. Du hast einen Knopf! Die Leute haben auch eine Indie gemacht. Die sind sofort die langweilig. Wohlen denn Jungs? Das kann doch nicht sein. Aber das sind doch genau die Momente, die der Körper braucht, um zu entspannen. Also das sind ja auch nicht von Palloni. Lucha! Das ist ja auch nicht so. Ganz richtig. Ich hoffe morgen regnet es nicht. Das kann ich nicht gebrauchen, wenn es beim Häckseln ist. Papa! Papa! Papa Sabine! Ich habe die Kamera geschiebt. Hast du geschiebt? Die Kamera geschoben. Papa! Papa! Da ist der Rucker! Komm mal Papa! Papa! Ich hoffe, andere kriegen wir auch hier noch Träger. Ich habe so das Gefühl. Das ist der Rucker! Das ist der Rucker. Wie ist das denn? Du bist so glücklich? Der ist so glücklich! Dann geht's los. Sollen wir jetzt alle uns abschnallen? Ich schnau ihn jetzt auch. Ich nicht. Ich sauber. Ich will mit Papa gehen. Ich geh nicht mit... Vater, Papa! Jonas und... Manu! Spiele! Schreibtest! Oh Mann, das find ich wieder mal. So geil. So doppelt. Wähle ein Level aus. Gut gemacht. Der Papagei, dein... Bitte bestellen. Der Papagei, Springbett, Brückenbau. Brunge ... Brücke, Br Furke, Brücke... rehabilite ... Wundervoll. Brücke, 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 Brücke... Israel ist gerne da ... Gruppe, Brücke, Brücke, Brücke. Es wird acoustisch endgült. Ohrringe? Warum bist du immer so plittschnass an den Haaren? Es hat gehegnet. Wo war es hier? Es ist spaziert. Wollt ich es? Wollt ich es? Wollt ich es? Wollt ich es? Herr Strehl? Sind Sie schon ansprechbar? Fantastisch! Wollt ihr ihn? So, dann wollt ihr nicht. Ich wohl auch. Ich auch. Das ist so schön. Ja. Später am Abend ist es. Wie viel Uhr? Alle schlafen schon? Ich hab keine Ahnung. Will ich nicht. Ich lief mal ja keiner. Wo ist es denn? Kannst du doch auch so eine Kamera sehen. Ich fühle noch an. Also doch schon spät. Na ja, dann fahren wir jetzt wieder nach Hause. Und was machen wir da? Und dann machen wir Feierabend heute. Dann gucken wir mal, was der Tag morgen so ist. Jetzt bin ich zuhause angekommen. Jetzt wird noch vorbereitet für morgen. Dann mach ich mich fertig. Bett fertig. Und dann guck ich mir mit meiner Frau noch den Schnitt von letztem Mal an. Und den Schnitt von heute kriegt er mit dem Schnitt von morgen zusammen. Also wie gesagt, seid nicht sauer, wenn ihr jetzt so ab und zu mal alle zwei Tage mal was kommt. Oder alle drei Tage mal was kommt oder so. Aber wie gesagt, ich mache das manchmal so wenig Material, was zusammenkommt. Da lohnt sich das einfach nicht, denke ich mir. Und heute lieber einmal was längere, so eine Dreiviertelstunde oder so ein Video als eben immer so kurze Filmchen. Ja, finde ich schön, dass ihr dabei seid. Und Werbung machen wir auf alle Fälle nochmal, wie gesagt, wenn wir die Visitenkarten fertig haben. Und wenn wir dann auch wirklich irgendwie fest erreichbar sind, muss ich jetzt mal alles abklären. Und dann werdet ihr noch früh genug erfahren, wie wir zu erreichen sind. Wir sind nämlich im Moment selber tatsächlich gar nicht so genau. Also eine Nachricht könnt ihr mir tatsächlich auf meine Telefonnummer schicken. Ja, die habt ihr ja, die steht ja auch im Netz. 07 05 8 2 6 2 1 6, könnt ihr eine Nachricht schicken, die kommt dann auch irgendwann an. Ich bin sehr telefonfaul, wenn ihr das ab und zu guckt, geht dann doch mal rauf. Und ansonsten, also wenn jemand einen Baumfeldauftrag hat oder irgendwas, oder Baumpflegeauftrag, kann er sich ja hier in der Nähe von Berlin natürlich melden. Würden wir sagen, sehen wir uns morgen oder übermorgen, morgen Abend wahrscheinlich, werde ich jetzt schaffen, denn zu schneiden. Mal gucken, wie lange ich da bin und häckseln muss. Morgen ist Häckseltag. Ja, guten Morgen. Ach, aufstarten wir in den Montag. Mann, Mann, Mann. So, jetzt wird eingeladen und dann schauen wir mal. Schauen wir mal. Sonst nicht? Naja, gut, wenn das gut ist. Äh, Das nach vorne, willst du dann rückwärts vorliehen? Lass ihn mal hängen, lass ihn mal hängen. Im Front of you. Ja, natürlich ist es, jeder Mann ist einfach... Ja, natürlich ist es, jeder Mann ist einfach... Da sind etwa 700 Euro oder 6700, die wir da in den Zwift trinken, also kann man ja mal warten, dass er zu zweit ankommt. Das hat er auch mit am Fakt. Ja, das macht er ja, wie gesagt, der bringt immer noch jemand... Ja, ich meine... Ja, und dieser wusste ich gar nicht, aber... Ja, Radek, der sucht nämlich Beschäftigung und da du ja mal das... Und wenn sie eine sind... Ja, also, wie gesagt, ich hab davon nicht gewusst, ne? Das war ja... Jemand... Jemand brauchen wir auch in Zukunft einen Hooker oder sowas? Das ist ja ein bisschen zu schade, also... Ja, ja, richtig, aber... Das weiß ich noch nicht. Hast du mit ihm schon zusammengearbeitet oder heute? Ich meine, davon erzählen... Nehmt weg in Ogendorf. Wau, wau... Der Kuda da? Oder... Ich habe den Blick gerade ab und gucken, ob er schon da ist, also... Ihr müsst ihm ja mal einen Hinweis sehen, wo das jetzt ist, um die Kuhle geschossen wurde. Ja, 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 ja... Was läuft? Die Kamera schon? Sie läuft ja zur Zeit. Äh, wie lange denn schon? 1 Stunde 31, hab ich doch gerade gesagt. Ach so, lange schon. Ja. Zeig mal Pause, kurz die machen, dann sind jetzt weiter. Ach man, ey. Fahren wir jetzt zu netto oder weiter? Ja, wir fahren zu netto. Ich muss doch, ich brauche was zu trinken. Unbedingt sonst anders trinken. Das ist scheiße. Klingelingeling. Ich fahre noch auf den gleichen Fahrplatz. Ja, wir stand vorher woanders dahin verstanden. Hier verstanden war er. Ah, stimmt, wir stand hier. Stimmt, er ist hier ran. Ach, ist ja real, wir standen hier auf dem Fahrplatz. Ja, gut aufwacht wird man den Auftrag bekommen. Sagen wir mal 15.000 Euro. Oh, dann haben sie das geschafft. Homesuite Home fast schon. Homesuite Home fast schon. Hesuit. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020